So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten. Herzlich willkommen und wir legen direkt los in der Kategorie Wasser predigen, Wein saufen. Ich denke, darunter fällt das Ganze hier. Die Bild betitelt das Essen ohne Abstand und Anstand und es geht im ersten darum, CSU-Politiker scheren sich nicht um C-Regeln und zweites Thema Freiwähler feiern Party mit den Grünen. Und Leute, wenn doch gerade in Bayern, wo so strenge Regelungen herrschen, die Politiker diese Sachen entscheiden und darüber bestimmen, wie wir alle in diesem Land bzw. jetzt in dem Bundesland speziell die Bayern sich zu verhalten haben, aber es dann selber anders vorleben, dann ist es eine ganz große Freche und finde ich sehr, sehr unangenehm. Also, das erste Thema, der erste Vorfall, Essen ohne Abstand und Anstand. Hier haben sich fünf Politiker der CSU, Staatsminister beispielsweise, dann hier auch die Abgeordneten, Kollegen und so weiter getroffen. Eins, zwei, drei, vier, ja, tatsächlich fünf Leute. Und in Bayern, wer das nicht weiß, ist es so, in der Kantine und ähnliches, wo die sich auch zusammengetroffen haben, Landtagsgaststätte ist das hier in dem Fall, soll man pro Tisch nur zwei Personen sitzen mit einem Abstand von 1,5 Meter. Bei denen war das aber ein bisschen anders. Die saßen zu fünft, direkt ganz normal, gewöhnliche Situation, einfach am Tisch. Hat wohl irgendjemand privat hier anonym ein Foto gemacht und dass der Bild zugespielt. Und das ist ja jetzt nur ein Fall, der rausgekommen ist, ist ja das Krasse. Was meint ihr, wie hoch die Dunkelziffer davon ist, was wir alles gar nicht mitbekommen, was dann irgendwie noch verhindert wird, ne, du schickst das nicht, sonst hast du Repassalien oder aber es war keiner da, der was gesehen hat und so weiter. Also, das ist schon ganz, ganz harter Tobak. Ich finde es sehr unangenehm. Natürlich kommen jetzt die, hier die Beschuldung, umgekehrt, nicht die Beschuldigung, sondern die Entschuldigungen, dass man sich doch hier, ach Leute, ich muss eigentlich gar nicht drüber reden, weil die Landtagspräsidentin Ilse Aigner von der CSU ist stinksauer. Sie verhängt hier ein Ordnungsgeld an die Beteiligten von 250 Euro. Die erlassenen Infektionsschutzvorschriften der Staatsregierung gelten für alle Menschen in Bayern, auch für Abgeordnete oder Minister heißt es hier und so weiter. Sie hat dafür gar kein Verständnis. Ja, wäre ja noch schöner, wenn das anders wäre. Aber ja, wie wir auch wissen, müssen oder mussten, zumindest vor ein paar Monaten auch, die Bundestagsabgeordneten ja nicht in Quarantäne, wenn sie aus dem Risikogebiet irgendwo anders eingereist sind oder da wieder zurückkamen hin und her, weil sie sind ja einer wichtigen Aufgabe ihrer Mandatswahrnehmung so nachgekommen. Das muss man sich mal überlegen. Was da überhaupt für ein Schwachsinn uns erzählt wird. Das ist dann in Ordnung. Normale Arbeit ist dann schlecht, die der Sterbliche, das Volk macht. Ganz unangenehm. Zweiter Vorfall betrifft die Partei die Freien Wähler und die Partei die Grünen. Und hier ist die Frau Ilse Aigner sehr, sehr aufgebracht wegen. Das ist nachvollziehbar, denn hier heißt das Zitat über sie, sie tobte, als sie von den Vorfällen hörte, was auch immer das genau heißen mag bei der Frau Aigner. Hier heißt es nämlich bei der Bild, Zitat, auf der Prater Insel an der Isar steht das Wohnheim in Anführungsstrichen von Bayerns Parlamentariern. Dort fand nach Bildinformationen am Donnerstagabend bis weit nach der Sperrstunde um 21 Uhr eine Party mit reichlich Alkohol statt. Teilnehmer sollen Mitglieder der Freien Wähler und der Grünen Landtagsfraktion gewesen sein. Aus Parlamentskreisen hörte Bild, dass Ilse Aigner tobte, als sie von den Vorfällen hörte. Genau. Wenn sie es uns doch schon anders vorleben, warum sollen wir dann diese Maßnahmen überhaupt erst einhalten? Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren reinschreiben. Eine Sprecherin von Aigner sagte, dass man dazu nichts sagen könne, da es sich um das Privatleben der Abgeordneten handelte. Ja, und was meint ihr, wie hoch die Dunkelziffer von dessen ist, was in dem Bundestag, in den ganzen anderen 16 Landtagen insgesamt in Deutschland haben wir ja abläuft, was da abgehen wird und auch noch hinter versperrter Kulisse, sprich in den Privaträumen. Aber uns will man es natürlich auch alles verbieten. Also das finde ich einfach nicht fair und nicht in Ordnung. Schreibt mal eure Meinungen rein. Bis zum nächsten und ciao.